aber auch an dort aus das Team ist so krass das verkacken wir glaube ich und es geht das Team ist mega krass man ehrlich kein Teleport, kein TV ja die haben aber längst nicht so viel Skill wie wir ja, wir sind TV man ne, ihr habt ne Soraka ja du spielst nicht Soraka einig guck mal Soraka aber in der Schuhe mit ihr und sieben nur verhängen die habe ich 67 Märchen ist auf die Erdbeer kam auch nicht mal bitte auch kein Bock das war zu Ende die Euro schädig mal in der die nicht in den Busch-Gerrin Dreh dich leider nicht gestellt Kassel ich bin mal wenn jemand kommt Kassel Kassel? Ja Ich bin Katzensprecher jo Lava Ja ich hab Bugg geklatscht Ok man Kassel Kassel jetzt geht weiter mit mir Schülerradio Kassel Wohemann so was freiwillig tun so eine Arbeit Echt 5 und ich nicht machen muss was der was hat er gesagt ich bin bei uns als Klassensprecher den genommen der im selten kommt Krassel mit Schülern als Klassensprecher ist ja eh so ne Sachen ne Kurk wo ich mich für die Tatung machen ja es kann sein dass die Gänken kommen ne also Passaut Meister Wein da war ein Kassel da war nur noch schon da ja und bei uns ist auch nur noch dazu da Los Dich Go William Möter von deiner Aftung. Epik Soraka ist Epik. Ja, wir sind alle hier jetzt. Ja, schon. Ja, wir sind alle zusammen. Oh, Gana. Schengen. Ich hab meine Anwendung dabei. Ja. Ja, drei andere noch. Drei anderen für das Abend. Ja, und das war... Ja, Jörn ist einer mir. Ich darf das ja auch. Ja, das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Ich war ja bei Anwälten dabei, weil die wollten sich da da irgendwie rufen. Wir haben hier, also du kannst du ein bisschen damage kriegen. Die haben kein Heal. So, die gehen low. Ich krieg das schon in die Hähnmung. Wie lange ich hier sehe, wenn die Rage kommt, soll es nur nun. Ja. Ey, die Minions glauben, wie meine Minion-Kills. Ich kann nie ganz so. Das ist mein episches Harazement, William. Kann ich unten gleich ganken? Ja. Mir. Du kannst doch ruhig Mana verbrauchen, ne? Ich kann die Mana wiedergeben. Mir. Ich kann auch keine Mana. Ne. Das mag schon. Wo? Da war der. War der bei uns? Wieso? Ey, da war ein Rage. Trinkt das was, wenn ich jetzt ganken komme? Ja, wir können einen Mordekaiser bekommen. Mordekaiser? Ja. Ja, dann fang mal an. Rent! Bin unterwegs! Ja, ich musste ja nicht mal was machen. Oh, der IC hat für das Platz. Voll in die Fresse. Ist ich hier, Renning? Nein, bleib auf der Lenner. Ich kann nicht hin. Ich will ein Menjen. Sieg Markkorea wird, Mega-Eminions. Not-Champ-Ziel. Willst du hier mal, und ich bin nur ein Viech. Ich bin nur ein Viech. So, dann, ne? Ich setz mal in dem Wort, ne? So, ab siegst. Hab ich? Ich hab jetzt zehn Menjen. Ist das nicht wahr, ey. Ich verkack das war so mega. Ich brauche mehr. Jetzt müssen wir mal ein paar Spills ein und Menjen zu kriegen. Das kotzt mich gerade voran. Ja, so Pro! Oh! Noch schon ist wieder weg. Ich glaube, Mordekaiser hat länges ... ... äh, Garen, äh, ne, Enkling. Danke. Enkling ist ... Ach so, ne, 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 ne. Na, keine Ahnung, der ist oben ein bisschen abgestängt. Good job, Alter. Good job. Richtig nice. Okay. Normale. Wie kann ein Brand nämlich einen Morgana platt machen? Mit Skill? Mit Skill! Ich bin echt gar immer so schlechten Brand, also jetzt mal ehrlich. Ich hab das geübt. Mia. See. Der ist Mia. Ja. Haben die jetzt geswitcht? Ja. Okay. Ja. Soll ich top gangen? Ja, unbedingt. Jetzt sofort. Ja, ich renne. Ich hab keine Schuhe. Dauert ein bisschen, bis ich angekommen bin. Ey, der hat immer noch kein Red gewollt. Ist das blöd? Was? Ich verscheu' ich ihn doch nicht. Ich glaub' noch wartet hier. Wenn du, wenn, wenn dann komm' jetzt. Wirklich gleich. Ich bin nur unterwegs. Ich glaube aber, dass er hier steht. Der ist die Aschvolk platt, Alter. Jetzt, komm. Ich hab' ein Problem. Ich hab' ein Schwuler. Na, was, ich bekle' ich wieder viel. Das war dem nicht von mir. Ich schaff' noch? Noch schon kommt hoch. Noch schon kommt hoch. Noch schon kommt hoch. Noch schon kommt hoch. soll er doch wie viel lehm hat er drei viertel soll er doch hochkommen im april oder haben wir doch meinte ich kann ihn beim red überraschen er macht den bestimmen du bist zu spät ist auch neu er hat nicht gesehen er bleibt kommen wir mal entgegen das sie sonst lassen wir mal in der größe oder eine neue worte da oder jürgen wenn man das war und wusste ich nicht es war kein Stil übernimmt am Abend war uns egal hier wozu sagt Bescheid mehr was du mal an ihm ich hab wieder ja nun verletzt wenn unterwegs bis sei ich endlich mal aber gleich wieder an keinen anderen die Schmerz jetzt was er denn entgegen er kostet schon wieder los drehe ich gegen die misstraße überlebe ich überlebe ich alter sagt doch sag doch dass du hier brauchst ich hab ne ult Christoph die hielt alles auf der mann ja heal so nicht ich könnte hier gebrauchen das battle verliere ich kacke das macht doch dass du hier brauchst achso alter jetzt soll ich das noch sagen ich hab nicht mehr ich vergesse was er holt das scheiße die Welt ein noch kommt zu euch ich bin sie ist weg auch wenn ich hab zu spät er bekommt euch und bumsdruck doch oh leute überlebt das neuer abgabend holster und Loller 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 Loll holen ja wenn du rechtzeitig ankommt sie dies ging was noch mal oder so was irgendwas kann die gleiche und geben und rein ist die ist weg ich will eben den mit zu dem blut abholen zum wohnen zu bemerken nein ich habe fast angeklickt ich habe das was ich bekomme ich habe fast nur 8 und 15 minuten du hast ein und selbst ich hab dir zwei gesteilt tut mir leid könnte ja mal hier auf top mache ich mache ich versuch den ich versuche alles zu erledigen nein er wurde jetzt geworden er ist da so eine rolle zufällig mit drei awards gestartet ja komm der gang hat noch seine ultime kreise was tot ich wollte gerade noch ein auto machen die habe ich gerade noch abgebrochen der letzte markt kannst du machen ich habe 4 0 kannst du ruhig machen also kannst ruhig kills haben wenn ihr bot lockt schon ja egal der soll ruhig kommen wenn wenn was mag er hat cool und ich geb dir den schon immer mehr wenn wenn bot und mit dazukommen können wir den brechen machen was erstmal die erste im grönen zu wurden naja ich mach den red ist man so jetzt jetzt helfen wir mal beim äh mit der honor ihr auch noch nicht weggehen nicht weggehen nicht weggehen nicht weggehen ihr beiden hallo los die nur die jährige sie was sie noch nicht da ja kommt die selber jetzt nicht da oh Gott der denn her wartet noch wartet noch kurz man sich selbst auf ich habe ich glaube ich habe ein kurzen wieder aufgemacht und ist alles unterbrochen worden ich habe dich ja geheilt glaube ich ich weiß nur nicht wie dass ich gehe weil er alles drücken war ich will zurückgehen die macht dich platt er hat mir bist du ich bin mir nene ich schaue es auch schon gefunden dass den turm eben platt machen morde morde hier ist eine komm mal runter komm mir entgegen ich habe 4,5 K Gold ja ich muss auch mal weg ich muss mir Gold items kaufen Alter du verrecks und schon bist du tot lol oh Gott Mann ich habe da die Wahrheit wie du mit der Geburt das umgekehrt da rein so wie ich lieben was ja ich hätte das was für etwas was er steht ich hatte konnte entgegen laufen m scharf mich Ende b st er gibt es das er 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 kann eigentlich nix die Worte gut schaden trotzdem 0 4 ich hab den zweimal oben getötet wo wenn du ihn nicht an der Kassen des Halbzels in den Parkst der hatte längst Junger ich dachte du haust da was Trauer und Morgana kommen was ich machen ja, du sollst doch nur was draufhauen und nicht ihn flieg no scheiße ich brauch mal Hilfe hier unten unterwegs hau die Minions weg, hast du kein Starcall? nein was soll ich mit Starcall? Kackspell die Balepes wir sind fast da schön, haupte, 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 haupte ja, toll, haupte, haupte ja, toll, haupte, haupte ja, toll, haupte ja, toll, haupte egal, dass du das von Pro oder das ist das scheiß Wix, alter, meine Fresse Morgana, komm, Morgana, komm ich muss die mit, aber ey nee, William, komm mit komm mit ja, du bist ja rein, ich finde das ein Punkt mit Starcall setzen, dann hätte ich zumindest ein Kill-Longes so ey, die macht mich kalt verpiss dich doch von mir, man fuck you ah, das ist ja loll ja good job was will der von mir? die sind so abgrundtief schlecht, ne übel ich bin einfach so ein Pro-Support das ist einfach ja, das ist ja die Finis nicht statt, Domingue also wenn die gleich nicht surrendern, weiß ich auch nicht mehr weiter Garen macht jetzt Knock fertig ne, er macht dich fertig hau ab, hau ab, hau ab, hau ab ja, ja weh, wir wollen ja für ein Mid-Tower hier renn mir entgegen renn mir entgegen oh, nice fucking noob du könntest, ja, gut ich hab zwar jetzt mal ne Ulti gewastet, aber egal ne Ahnung, hast Kill bekommen ne Ahnung, hast Kill bekommen jetzt kann ich jetzt meinen BF-Support holen, ey was, so ein bisschen Damage? ja, ein bisschen Damage brauch ich ja, wann ist das denn so? als Garen baut du kein Damage ist einfach nur dreh ich hole mir halt immer jetzt ja ja Damage macht ja gar keinen Schaden Mia, ne, Morgana kommt Spot on, Samper, Gabe, Warmox Kill einen von den beiden den anderen auch noch den anderen auch noch ich hab gleich wiederholt ja, ja, nice lol ey, warte mal, wie kann der denn jetzt schon wieder leben? komm zu mir, komm zu mir komm mir entgegen komm mir entgegen du bist du noch? du bist ein Toro das ist doch bestreiert meine Katze ui, allemal kann auch nicht nahe sein, ey kam die denn alle her, ey fuck you, man was geht denn mit der Morgana, Walter? nix die hat grad einfach nur alle drei Kills bekommen er hätte grad 0,2 ne, ja der 1,2 so ach ja, die hat dich ja einmal gekillt stimmt, ja ich sag's mal 0,2 schon wieder, ey, was ab denn ja, keine Ahnung was solltest du 0,2 als Kering? einmal die und einmal, äh vier Leute soll ich dir sein, wenn ich fertig mache, oder 3? soll die erste Level 8? ja, bewegt euch mal langsam zum Dragon langsam breit machen breit machen? breit machen quatsch warden am besten hier noch ja, ward du mal William ist ja bald mit der Top Tower ist erst fast down Ash, Ash hat uns gesehen ja, wie ich mag wenn wir jetzt gleich zu 14 können wir den starten sonst mach ich den ja, go, let's go, 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 go Morgana, komm mach den ich helfe dir ich helfe dir ich runter halte die Gangkrank sonst lass den umzingeln zum Blue holen zum Blue holen lass den umzingeln Blue Brand, hol dir den, oder soll ich? oder äh äh Bot Tower lass den mit Tower holen hier, Mordokaiser, Mordokaiser warte, ich stun ihn komm rein hier komm rein hier naaah boah, hast du ein epischen Tier gesehen, ey das ist scheiße, oder? Mann, ich will auch Kills dieser Korki greift alles ab um die Ash ich schau mal alles, dann tut mir leid, Mann MAAAAAAAM HAH nein, doch, doch dein Passiv ja, holt euch den Tower Aiki, komm mal her, ich hiel dich holt den Tower yes deiner, oder? ja ja ich hab 3000 Gold oder hab ich deren Red oder hab ich deren Red ey, der ghostet komm, oh shit ey, ich muss back, ey, ich muss noch was kaufen hier hm, hol ich unseren Red just off back, lauf sofort zurück ach, William, willst du den Red? nee, kann sogar nur was aber du hast auch schon einen ich hab auch schon einen ich hab ja auch schon einen ja, super egal läuft dein meiner ist noch zur Hälfte ja, keine Ahnung der zweite Top Tower ist jetzt auch fast down ey, die sind hier alle, ne? ja, geh, geh zurück, geh zurück geh rauf oh, jetzt, geh jetzt rein, geh jetzt rein, geh rauf, geh rein nein die machen euch platt oh, Junge pisse euch da oh Gott, was sind denn alle? so viel kann ich dann auch nicht hier nein ja nein was war das denn? fuck ich komm noch an die Rand nein ey, ich geh back, ne? ja wie lächerlich ist das ach, man schon die Minutes du bist arm also entweder sind die Gegner mega gut oder sie sind mega schlecht aber ausgeglichen ist das nie ist doch gut, dass es jetzt gerade so kommt, weil ich gleich weg bin ach, was? ich hätte auch genauso gerne schnell verloren, keine Ahnung bleib, bleib mal oben der Tower ist fast dauernd ich war grad am trinken und laufe auf die Mitte guck mal, Mensch, Hilfe ab in die Mitte, ab in die Mitte, ab in die Mitte ab in die Mitte, ab in die Mitte auch Hilfe, auch Hilfe, oh mein Gott oh, ProSupport stirbt ProSupport überlebt ProSupport wird gecheckt und ProSupport stirbt Alter, ihr habt jetzt nicht grad Blumen lol execute, scheiße ich wollte ihn noch nicht töten, mein Old hab ich dir grade Blumen gemacht? ich hab'n Blumen gemacht, ja kann mir nicht helfen, ich war nicht da ich bin auch da drauf, geh auch noch schon ich sterbe ich sterbe hey, das ist so ja, fuck mich mal dieser Korki greift natürlich nur ab das ist wieder so hoffentlich stirb der, ey ja, man was soll ich denn machen, hier ohne Spaß, man du weißt ja ganz vorne, man was soll ich denn tun? verreckt, man verreckt meine Fresse, Leute gibst einfach so ein Suizidgefährdeter und der Mann aus du stirbst hä, einer hat noch gesagt, geh auf Knock ja, das war der Trottel aus dem Team von uns dann kann ich das rausführen? das war der Trottel aus dem Team mein Gott, ey wer hat denn das gesagt, wer hat gesagt, sollen rauf, geh, wer sagten das? keine Ahnung, ich hab nur gesagt, helft mir aber das war ja auch wohl, äh ne richtige Aussage ohne Fahrt, man wieso passt schon, passt schon brauchst jemand hier? ich das ist es mir nicht wert das läuft doch ganz alleine dahin keine Ahnung, ich mach die ganze Zeit den Tower kaputt oben hab ich auch den Schleiden schon gepostet ja, ich mach den Ward kaputt das ist Gavin, oder was? ich hab Tower gesagt da drin hier keine Ahnung, das funktioniert, ne? ey, pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir ja, ich weiß es doch ich hab nur Wards gesucht ach, komm ja du ha ha ha, ich bin extra nach hinten gegangen das ist toll wo reingehen? ja, komm Knock hat Ulti schon rausgehauen jetzt helft mir noch schon vom Leib mach ich doch, mach ich doch mach ich doch fuck der rennt nach links, der rennt nach links oh doch schnapp ihn dir schnapp ihn dir mit Tower, go ich push dich schon und den Top Tower push noch beide das ist ledig wollen wir den Diven? dann nur hatte sobald er ein bisschen jetzt komm nicht dran, egal den Hewitor eben schnell noch oh mein Gott, hau ab hau ab stand, Junge ne, 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 da, go ich brauche ein Heel ich brauche ein Heel boah, super chill ich kann nicht mehr Heel als 2 mir leid riss nicht mehr zu nach 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 vor zum nach nach hier und noch kein hier ist aber noch kein hier heute muss halt jetzt habe ich hier erbreitet wird selber überflächen die Flächen mit jahren sagte ich hilft mir oder hatte die Hälfte dort steht es haltet sie noch ein bisschen auf ein Koffer und ich habe hier wieder jetzt kommt mir nach oben nach oben nach oben und oben 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 und Kappappappappapp das es ist ein alles zettelarzt ich habe ein Mensch im Leben in der Repräsentation alles zerstört alle umgekehrt der Repräsentation die waren aber auch unglaublich schlecht